Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part zu Dauntless. Ich habe mal die allerersten Infos zusammengetragen hier zu den goldenen Klauen, den neuen legendären Strikern, die man sich jetzt hier im Springtide Event abholen kann, die nächsten 14 Tage. Zuallererst mal wieder vielen, vielen Dank an all meine Supporter, wirklich fetten Daumen nach oben. Wenn ich euch mit diesem Video helfen kann, lasst doch auch mal gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da, das würde mich sehr freuen. Es geht also um diese Quest hier und diese vier Fundstücke, die wir finden müssen und darauf gehen wir jetzt im weiteren Video ein. Es sind teilweise etwas mies versteckt, beziehungsweise meine ein, zwei Tipps, die ich schon gegeben habe, waren an sich richtig. Wir müssen einmal auf eine Eskalation, aber fangen wir mal vorne an. Also hier auf dem Rätselfelsen, dort findet ihr das Ding links oben sozusagen. Das ist jetzt schon die Perspektive von links oben vom Startpunkt. Ich fliege zum Startpunkt zurück. Ihr müsst euch also links halten, dort diese Sprungfelder hier nutzen und dann an diese Stelle gehen, wo ich gerade war. Und dort findet ihr die erste Kiste. Die ist eigentlich noch relativ easy zu finden, würde ich mal behaupten. Ähnlich wie beim Paradoxonbruch, auch wenn das mies versteckt ist, aber es ist relativ offensichtlich, wo könnte das sein. Da bin ich hier zur Hauptarena ganz am Ende gegangen. Dort muss man dann hier durchfliegen. Das war eigentlich relativ offensichtlich. Da habe ich mich zuerst links gehalten, an dem alten Fundort, glaube ich, wo man irgendwas abstauben konnte. Aber wenn ihr hier rechts schaut, dort findet ihr dann die zweite Kiste. Das kommt jetzt gleich. Da hat der gute Monty sich nochmal neu orientiert. Ja, und da findet man das Ding dann gleich hier hinten dran. Da ist das Ding wunderschön, traumhaft. Auf den Brandwerken, das ist dann tatsächlich ein bisschen mies. Dort müsst ihr euch vom Startpunkt direkt links halten. Was ich hier wunderbar zeige, weil ich hier an den Pflanzen hängen bleibe. Aber ja, egal, was soll's. Ich habe es dann einfach noch weiter aufgenommen. Passt schon. Ja, dort müsst ihr ganz hinten links jetzt die Insel hochklettern, sozusagen. Oder diesen kleinen Hügel hochklettern. Insel ist es ja nicht wirklich. Ja, diesen Hügel hier vorne, den müsst ihr hochklettern. Auch eigentlich ein offensichtiger Spot, wenn man sich ein bisschen mit der Map auskennt. Ja, ich habe zuerst mal in der Mitte rumgesucht und so weiter. Dort, wo die Bosskämpfe stattfinden. Aber ja, dort war nix. Ihr müsst hier links hochklettern. Ja, hier an der Stelle. Ich denke mal, das ist die einzig zugängliche. Keine Ahnung, vielleicht gibt es auch noch außen so ein Sprungfeder-Ding. Keine Ahnung. Ja, dort oben findet ihr dann diese Kiste. Wunderbar. Ja, und das letzte Teil findet ihr auf der Lichteskalation nach dem dritten Kampf. Also vor der vierten Runde. Das geht also dann auch mit der kleinen Lichteskalation. Dort findet ihr das, wenn ihr hier rüberspringt. Direkt hier links hinter dieser Säule. Und dann habt ihr die uralte Rüstung gefunden. Oder was es da war. Jo, das war es soweit. Dann müsst ihr die Quest abgeben. Bekommt die Golden Claws. Jo, und da habe ich sie halt, oder habe zuerst mal getestet, ob man sie wieder als Bindung einsetzen kann. Ja, sie sind legendäre Lichtstriker sozusagen, die man trotzdem einbinden kann. Ihr werdet es jetzt gleich sehen. Ist ein bisschen Klingensturm am Anfang drauf und ein bisschen Teilschaden zusätzlichen. Wir müssen natürlich mal gucken, wie die Endperks sind. Ich kenne sie persönlich noch gar nicht. Wenn ihr sie kennt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Es scheint wohl so ein Teilbruchteil zu sein. Zuerst klingt es vielleicht ein bisschen, sage ich mal, uninteressant. Aber es könnte sich durchaus als interessant herausstellen. Gerade für solche Farmrunden, irgendwas Teile brechen. Oder vielleicht auch für die Fäde, wenn man viele Teile brechen muss und so weiter und so fort. Könnte also interessant sein. Und dann habe ich noch getestet, ob es in einer Bindung dann auch wieder funktioniert. Ob man die XP gut geschrieben bekommt. Ja, das ist so. Also das funktioniert. Denkt nur immer daran, wenn ihr die Quest abgebt, kriegt ihr neue goldene Klauen. Die müsst ihr dann nochmal neu einbinden. Sonst zählt das nicht. Das ist nur der Hinweis, den ich an der Stelle noch geben kann. Das war es soweit von mir. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wünsche euch viel Erfolg mit der Quest. Viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.